Grüß Gott, liebe Franken und solche, die es werden wollen. Und herzlich willkommen zu unserer Miniserie 3 Franken im Weckler. Blödsinn, 3 Franken to go. Mein Name ist Michael Sommer. Und ich habe das ausgesprochene Vergnügen, Ihnen 3 literarische Stars aus der alten Kaiserstadt Nürnberg, da sehen wir Sie, vorstellen zu dürfen, die extra dafür aus dem Jenseits zurückkommen. Den Anfang macht der coolste Handwerker der Weltliteratur, der Rumtreiber, der Vielschreiber, der Meistersänger. Begrüßen Sie mit mir, und zwar strax, den Schuhmachermeister Hansi Sachs. Ja, vielen Dank. Grüß Gott, Herr Sommer. Ich freue mich total, Sie kennenzulernen. Sie sind ja 1494 in Nürnberg geboren, gell? Ja, richtig. Wissen Sie was? Wir machen uns ein bisschen mittelalterliches Ambiente. Ach, super, ja, da fühle ich mich gleich wie zu Hause. Ihr Vater war Schneider und Sie haben eine richtig gute Schulbildung genossen. Ja, das ist richtig, ich war auf der Lateinschule. Das war damals keine Selbstverständlichkeit, aber in Nürnberg hatten wir Handwerkerfamilien halt ein hohes Ansehen. Und dann sind Sie Schuster geworden und haben ihre Ausbildung gemacht und sozusagen auf Schusters Rappen ihre weitere Bildung erworben. Ja, genau. Als Geselle musste man ja damals die fünfjährige Wanderung machen und das war eine ganz wichtige Zeit für mich. Ich bin bis zum Rhein gewandert, zum Kaiserhof in Innsbruck und nach München, wo Sie unter anderem auch den Meistersang kennengelernt haben. Für unsere Zuschauer, Meistersang, was ist das, Herr Sachs? Naja, Sie haben ja vielleicht schon mal was vom Minnesang gehört, gell? Das war ein totaler Trend bei den mittelalterlichen Rittern. Die Irchen waren plötzlich Liebeslieder, Dichten und Singen. Stichwort Walter von der Vogelweide. Das war schon ziemlich überraschend, dass die Kavallerie da die Lanze weglegt und sich die Laute schnappt und vor Sehnsucht seufzt. Aber Irchen wie auch cool. Und weil die Ritter so die Cowboys des Mittelalters waren, wollten die Bürger, die in den Städten immer wichtiger wurden, also Handwerker, Kaufleute etc., auch so coole Lieder und Gedichte für sich selber haben. Und so entstand dieser neue Trend Meistersang. Und Meistersang heißt das, weil das hauptsächlich Handwerksmeister waren, die da in ihrer Freizeit gedichtet und gesungen haben, richtig? Ja, ganz genau, wobei wir schon auch andere Berufe dabei hatten. Aber wir deutschen Handwerker haben sozusagen die DIN-Norm im Blut. Deswegen hatten wir ziemlich klare Regeln, wie die Lieder aufgebaut sein müssen, also die Strophe, die Reimform, die Melodie, alles haben wir genormt. Darüber hat sich ja dann der Richard Wagner in seiner Oper die Meistersinger von Nürnberg lustig gemacht, gell? Ja, das war schon ganz schön frech. Aber der Richi und ich, wir treffen uns trotzdem ab und zu auf Nektar und Ambrosia. Schön. Sie haben ja wahnsinnig viele Meistergesänge gedichtet. Ja, über 4000, da wäre eine kleine Auswahl. Wahnsinn, dass sie da überhaupt noch zur Schuhproduktion gekommen sind. Aber sie haben sich zum Beispiel auch für Luther, da ist er, und die Reformation stark gemacht. Was? Ach, hallo, schön. Ja, das stimmt. Wie mutig war das damals? Ach, wissen Sie, erstmal habe ich mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht und einfach Kirchenlieder, Bibelgeschichten, Gespräche und so weiter geschrieben, weil ich mir halt gedacht habe, dass der Luther recht hat. Ja, danke. Ja, gern. Immerhin war man der freie Reichsstadt. Und siehe da, 1527 verpasst mir der Stadtrat der Druckverbot, obwohl wir schon zwei Jahre protestantisch waren. Die fanden, das wäre zu kritisch, was ich schreibe. Tja, ist unglaublich. Ich gehe da mal, ja. Ja, danke. Die Zeiten waren echt verrückt, aber wem sage ich das? Ja, da haben Sie wohl recht. Es war aber auch toll, weil ich wirklich was erreichen konnte mit dem, was ich geschrieben habe. Und sie haben nicht nur ernsthafte Dichtungen produziert, sondern auch Theaterstücke. Und was für Freunde des Plattenhumors wie mich. Sie meinen die Fasnachtsspiele? Genau. Mein Ensemble hat eins von denen zusammengefasst und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an, okay? Aber gern. Herzlich willkommen zu Das Narrenschneiden von Hans Sachs. Mit dabei sind der Arzt, der so eine Art Idiotenambulanz im Wirtshaus abhält, begleitet von seinem Knecht, das ist ein kompetenter Assistent. Und dann gibt es noch den aufgedunsenen Kranken. Nein, das ist nicht der aus dem Weißen Haus, obwohl er ihn ein bisschen ähnlich sieht. Dieser hier hat eine ganze Menge Mitbewohner, die keine Miete zahlen. Weil es 1557 noch keine Fernsehaufzeichnungen von Mainz bleibt Mainz gibt, müssen die Leute im Karneval noch selber lustig sein. Und dazu dienen Fasnachtsspiele. Schlaue kleine Ministücke wie dieses hier. Und los geht's. Guten Abend, Herrschaften. Die Kranken bitte links anstellen. Ich heile alles. Alkoholismus, Eifersucht und Zahnweh und das fast umsonst. Hier ist mein wunderbares Examen. Na nun, ist da keiner da? Chef, ich glaube, hier ist keiner krank. Wieso, haben wir uns in der Hausnummer geirrt oder was? Aber da schleppt sich der Kranke ein. Herr Doktor, Herr Doktor, äh, Frau Doktor. Ja, ein Kranker. Wie geht's uns denn? Sehr, sehr schlecht. Ich bin total schwanger, definiere mich aber als Mann. Was hab ich denn? Eine Urinprobe bitte. Hier, hab ich schon vorbereitet. Ah, ja. Oh, äh, das ist der Magen. Da muss alles raus. Ja, das kann ich sofort machen. Das stinkt aber. Nein, ich gebe Ihnen erstmal einen Trank. Super, ich liebe Tränke. Was ist es denn für einer? Wein- oder Weißbier? Ein Buttermilch-Leichtbier-Cocktail. Ach was, den hab ich gerade schon getrunken mit circa 200 Pflaumen dazu und jetzt hab ich trotzdem total Bauchweh. Mir ist übel und ich war schon zwölfmal auf dem Kübel. Apropos. Oh Gott, der hat ja einen totalen Clown gefrühstückt. Ich meine, der steckt voller Narren. Naja, dann müssen wir eine Idiotektomie machen. Ich meine, die Narren rausholen. Ja. Nee, 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 Moment. Das ist eine Fehldiagnose. Ich kann keine Narren haben. Wo soll ich mich denn angesteckt haben? Ich trage immer Maske. Ach ja? Dann nehmen Sie mal einen Schluck Eigenurin. Dann merken Sie schon, wie die Narren in Ihnen drin zappeln. Und der so kluck, kluck, kluck. Oh Gott, ja, ich merk's voll. Ich hab voll die Narren. Was machen wir denn jetzt? Was der Doktor sagt, sonst bist du tot. Nein, das könnte meiner Frau so passen. Ja, aber was kostet denn so ein Eingriff? Ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Er kostet nichts. Wir machen das als Werbung. Wir zeichnen es nur auf und zeigen es später bei YouTube. Okay? Ja, gerne. Super. Also dann, kompetenter Assistent, richte alles her. Und er macht so ein bisschen örtliche Betäubung und dann schnippelt die Ärztin los. Aua, das tut voll weh. Ruhe, wer leer sein will, muss leiden. Na, dann gucken wir doch mal, was wir da... Oh, da haben wir ja schon einen. Und sie zieht voll den arroganten Narren aus ihm raus. Aber ich will da nicht raus. Doch, du bist gefeuert. Nein. Aber da stecken bestimmt noch viel mehr drin. Und die Ärztin holt einen nach dem anderen raus. Aha, ein total geiziger Narr. Ich bin nicht geizig, ich bin höchstensparsam. Weg hier. Oh, da ist noch ein neidischer Narr drin. Nein, nein, ich will wieder rein. Verschwinde. Und oh, was haben wir denn da? Ein ganz vergnügungssüchtiger Narr. Was soll das, Alter? Ich habe halt einfach ein bisschen Spaß gern. Verschwinde. Boah, jetzt ist es schon viel besser, aber ich glaube, da steckt noch einer drin. Oh ja, ja, ein ganz dicker. Oh, das ist der fresssüchtige Narr hier. Nein, lass mich los, lass mich los. Nix da, weg. Oh, und guck mal, da haben wir noch einen. Den Agro-Narren. Verschwinde. Und noch ein letzter. Ah ja, der Depriner. Oh Gott, ich bin so traurig, dass ich jetzt weg muss. Ja, verschwinde. Wahnsinn, dass die da alle in mir Platz hatten, aber ich bin ja immer noch so dick. Ja, da steckt noch das Narrennest drin. Nein, nein, bitte nicht. Doch, das muss raus. Raus damit. Und sie zieht ein ganzes Nest voller Gegröse da raus und der Patient ist total schockiert. Oh Gott, was wären das denn für Narren geworden? Na, ich sag jetzt mal Juristen, Banker, Betrüger, Schmeichler. Die ganze Besatzung vom Narrenschiff. Aber die kommen jetzt alle miteinander in die Pegnitz. Assistent, Walte deines Amtes. Wird gemacht. So, und jetzt nähe ich noch zu. Schnipp, schnapp, fertig. Oh Gott, danke. Ich bin so froh. Es geht mir so viel besser als vorher. Aber wie mache ich denn jetzt Narrenprophylaxe? Na, ganz einfach. Nicht so egoistisch sein, sondern offen für andere Menschen und andere Meinungen und ein bisschen toleranter. Prima. Mensch, ich schicke euch die nächsten Patienten. Ich kenne noch eine ganze Menge Leute, denen man die Narren rausnehmen müsste. Na klar, die sollen sich nur beeilen. Dann werde ich sie von Narren heilen, dass keiner mehr in ihnen wachs. Das wünsche ich euch und Hans Sachs. Ganz genau, das habt ihr ganz großartig gemacht. Vielen Dank dafür. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Und das, liebe Gemeinde, war das Narrenschneiden von Hans Sachs. Vielen Dank.